Es ist 19.25 Uhr, fünf Minuten bis Vorstellungsbeginn. Bitte, Sie sind mir zu nahe. Fünf Schritte Abstand ist die Regel. Disziplin und gleichzeitig aber die Freude und das Genießen nicht vergessen. Eine Balance zu halten zwischen dem Genuss und der Disziplin ist für mich im Leben wichtig und für den Beruf ist Disziplin unabdingbar. Unseren großen... ...Görgeln. Fuck, 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 wir helfen uns im Krieg! Ja, schau, 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 schau. Jemand hat gesagt, näher als auf einer Bühne können zwei Menschen gar nicht zusammen sein. Und das hat etwas, ein Zwei-Personen-Stück, eine besondere Intimität. Damit kann ich viel anfangen. Nichts, wo nicht auch das Gegenteil enthalten ist. Ich finde es eine sehr gesunde Mischung. Also es ist ein gesundes Potenzial, was da drin steckt. Na, die allergrößte. Also darum ist auch der Publikumspreis ein besonders schöner Preis, weil wir ja doch fürs Publikum spielen. Für wen denn sonst? Das ist ein Element, das das Theater zu oft vergisst.